so meine herren und damen herzlich willkommen bei need for speed unbound ja es stehen ein paar hochkarätige rennen auf unserer liste aber wir haben hier ein drift event das wir fahrt können endlich mit unserem crown wick tauschen wir jetzt auch direkt ein so dann fahren wir da mal hin an alle einheiten wir haben heute zusätzliche wagen rausgeschickt kommt nicht mit leeren händen zurück unterstützung die wir brauchen um die aufzuhalten ja leck mich ach der hat den auspuff an den seiten ich dachte zwei löcher ganz hinten sein der auspuff so 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 Soh. Das war's für heute. Ah, das klappt eigentlich ganz gut. Ach, Mann. 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 Dann ist es so. Ach, Mann. 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 Ich freu mich schon drauf. Du wirst nicht am Porn sein. Ich versuche, uns alle dranzukriegen. Wir nehmen Verfolgung auf. Dieser Volk macht den Schaden des Verkehrs. Ich versuche, uns alle dranzukriegen. 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 Du wirst nicht lang davon bleiben. Allrat' Wacken ist bereits verhofft. Ich wäre schon besorgt an deiner Stelle. Ich werde sie nicht verlieren. Nice. So, was haben wir noch? Ein R-Drift Event. Ja, vielleicht wäre es besser, wenn wir in die Nacht fahren und die Nachtrennen abwarten. Jetzt ist nichts mehr Spannendes. Nachts kann ich noch mal einiges mehr Kohle rausholen. Das werde ich auch machen, weil dann ist die Kohle mal sicher. Ich werde es auch machen. Nein, der hat nicht ernsthaft eine vier Meter große Statue von sich selbst für sein Badezimmer bekommen? Schön, dass ihr zurück seid, Leute. Als nächstes werden wir uns über die neue Wahlkampfrhetorik der Bürgermeisterin unterhalten. Jeder, der einmal mitbekommen hat, wie sie ein paar Tausende Palazzo Casino gesetzt hat, weiß, dass sie gerne wettet. Sie setzt darauf, dass wir einfach vergessen, dass sie erst kürzlich einem Rehabilitationszentrum in Cyril Heights den Geldhahn zugedreht hat. Oder dass sie staatliche Bauverträge an ein Unternehmen weiterleitet, mit dem sie direkt in Verbindung steht. Sie liebt das Glücksspiel, doch sie spielt mit unserem Leben. Hören Sie mir zu, Frau Bürgermeisterin, dafür werden Sie bezahlen. Allerdings, wir haben hier zwei Autos, einen Alpha. und eine Dodge Charger. Ich bin ehrlich, ich hätte sehr gerne. Wir suchen, dass sie ein Ziel von uns zu bringen, denn sie sind überall. Denn es ist alles, warum ist das so? Die Schmerzimmer wieder in den Städten geplanten. Die Schmerzimmer haben sich in den Städten geplanten. Und sie haben sie zu dir. naja könnte es noch holen jetzt können wir noch weiter in richtung grip gehen machen wir 70 prozent die kommende folge ist dann angesetzt vor allem die autos aber da kriegt man auch wieder kohle raus also es ist in ordnung ist ein guter deal das machen wir dann in der kommenden folge bei need for speed unbound haut rein well ja Untertitelung des ZDF, 2020